Wow, wie geht's? Brighton Sheffield, Produzentensohn. Hi Brighton, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Ich kann vier Oktaven singen und hatte Schauspielunterricht bei Star Adler. Wirklich beeindruckend. Und ich kann außerdem einen Handstand und einen Spagat. Sie haben die Rolle. Oh, ich danke Ihnen, Mr. Sheffield. Es kann gar nicht früh genug losgehen. Oh Gott, wie gern hätte ich Ihren Job. Vielen Dank, Gigi. Wir rufen Sie an. Ups, Vorsicht. Damit können Sie jemandem die Augen ausstechen.